Na gut, dann werde ich mal. Ein einzelner Gummihandschuh und eine Fahrradspeiche. Nicht gerade eine herausragende Ausbeute. Ha, das ist aber komisch, dass man... Weil ich hatte kein Handsymbol, ich hatte nur ein Schausymbol. Das ist ja sehr, sehr seltsam. Was ist das jetzt, ein gelber Handschuh und eine Fahrradspeiche? Einige der Sprossen sind zerbrochen. Sieht so aus, als sei hier jemand hochgeklettert. Ah, okay, da ist jemand hochgeklettert. Ja, ich habe eine Fahrradspeiche und einen Handschuh. Mit der Fahrradspeiche kann ich bestimmt irgendwie das Zeug da aus dem... Raus. Ja, genau, rausholen irgendwie. Mit dem Handschuh kannst du dich als Hahn verkleiden oder so. Irgendwas wird man damit bauen können. Aber ich würde lustiger... Okay. In den Gully klettern. Ja, das ist immer das Erste. Es geht tatsächlich. Nein. Zigaretten. Der Kommissack ist hier... Ein ganzer Haufen Zigarettenkippen. Da scheint wohl ein Kettenraucher am Werk gewesen zu sein. Seltsam. Dabei ist doch mein Vater ein so strikter Nichtraucher, dass er seinen Gästen sogar verbietet, irgendwo auf dem Grundstück zu rauchen. Okay, aber... Wenn ich ganz kurz anmerken darf, da liegen Filterzigaretten und entweder Zigaretten ohne Filter oder Zigaretten mit weißen Filter, die sehr weit nach hinten geraucht wurden. Ich weiß es nicht. Aber das sieht so aus, als hätten da zwei verschiedene Leute geraucht. Das stimmt, man hat nicht zwei verschiedene... Man hat nicht, oder? Also die meisten zumindest nicht. Okay, versuchen wir mal... Nein. Okay. Kannst du mit den Handschuhen... Ah, ich habe... Jetzt sehe ich erst, dass mir oben angezeigt wird, was da... Ha, das ist... Ne, mit den Handschuhen... Die Zigaretten-Dinge aufhören, damit du keine Fingerabdrücke verwischst oder so. Nein. Na gut, okay. Dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Offensichtlich können wir da noch nichts machen. Dann schauen wir uns mal das Auto an. Oh Gott, das ist noch ein eigener Bildschirm. So viele Bildschirme. BWK283 Wartburg Ein Wartburg. Ist das nicht so ein super teures Auto, ein Wartburg? Oder ist das ein altes Auto? Mit super teuren Sachen kenne ich mich nicht aus. Aber hier kann man auch überhaupt nichts machen. Das ist ja sehr seltsam. Vielleicht noch nicht. Hm, gehen wir mal wieder raus. Es ist echt... Ich weiß nichts mehr über das Spiel. Ich weiß kein einziges blödes Rätsel mehr. Für so eine Art Geheimagent ist der Typ aber sehr unvorsichtig, wenn er rumgeht und... Wenn es darum geht, Spuren zu hinterlassen. Ja, das stimmt. Ein Wartburg ist ein Auto aus der DDR. Aha. Aber wie, es gibt doch auch so ein Auto, was so ähnlich heißt, was so super teuer ist, oder? Leibach oder so? Ja, 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 ja. Reibacher oder so ähnlich. Ne, ich glaube, das ist... Ein dreifacher Reibacher. Ein dreifacher Reibacher. Aber da gibt es eine ganz teure Marke, die so ähnlich heißt. Aber der dreifache Reibacher ist wahrscheinlich ein Sprung in Eiswitzlaufen oder so. Okay, da ist ein Fahrrad. Nehmen wir das Fahrrad und fahren damit weg. Mai, Mai-Bacher. Mai-Bach. Genau, danke. Das Ding fällt schon beim Ansehen auseinander. Außerdem habe ich mein Motorrad. Damit bin ich dann doch etwas schneller unterwegs. Aber nicht so cool. Das Einzige, was man hier noch gebrauchen kann, ist die Luftpumpe. Hi, Werder Hocker. Aber Metatron schreibt gehört, dass der für DDR-Verhältnisse nicht sehr teuer war. Der Wartburg. Nur, dass man halt 30 Jahre drauf warten musste. Wahrscheinlich. Oh-oh. Katze. Oh-oh. Aber wir haben keinen Wackelkontakt mehr. Die Katze kann da sein. Okay. So, jetzt bewundern wir erstmal unser eigenes Motorrad. Mein Motorrad. Mein Motorrad. Können wir damit wegfahren? Ach, tatsächlich. Wir können zurück zur... Aber jetzt bleiben wir noch hier. Ja, ja. Wir können ja mit der Fahrradspeiche noch in irgendwelchen Löchern rumstochen. Was ist denn, kann man da oben mit dem Wind... Ne, das ist nur irgendwie so ein... Und die Hosen kann man auch nicht klauen. Ne, kann man auch nicht. Da war ja auch schon wieder auf. Keine Ahnung. Okay, man kann hier erstmal anscheinend nix machen. Na dann. Dann gehen wir wieder rein. Aber man kann bestimmt mit dem da und mit dem Auto später noch irgendwas machen. Aber erstmal... Was ist denn das letzte Objekt jetzt, das du da hast? Ne, Fahrradpumpe. Ne, Fahrradpumpe. Oh-oh. Die Zelda möchte saufen. Die schnuppert gerade am Bein. Deswegen ist der Sibi auch so gut und also so ausgelassen, weil er Wein hat. So, Entschuldigung. Okay, das können wir tatsächlich da benutzen. Der Schlüssel hat nirgendwo eine Öffnung, durch die ich die Speicher stecken könnte. Abraxe, hallo und danke fürs Subscriben. Hallihallo. Oh, da wird das Glas wieder leer gesprengt. Franzis Cocktail wurde in die Luft gesprengt. Von einem Subscriber-Sternchen. Gut, dann können wir... Also da können wir die Speicher offensichtlich noch nicht benutzen. Aber hier können wir sie benutzen. Hoffentlich. Ja. Hab es. Eine Kassette. Eine Audio-Kassette. Lag die da absichtlich drin oder ist sie irgendwann mal aus Versehen da reinbefallen? Hm. Wir werden es nie erfahren. Aber wir können uns sie anhören. Die Kassette. Wir haben doch schon gar einen Walkman. Ach stimmt, wir haben einen Walkman. Aber keine Kopfhörer. Ah ja, stimmt. Ich hätte sie jetzt hier reingemacht. Mhm. Genau. In den Weltenempfänger. In den Weltenempfänger. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Eine Art Code? Papa, manchmal bist du echt ganz schön gaga. Franzi, danke schön. Fürs Glas wieder auffüllen. Yay. Yay, Herzchen. Mit Pride Herzchen. Pride Herzchen, sehr schön. Okay, er hat uns gerade gesagt, den Enter, den Pass. Den Code. Okay, also den ersten und den letzten vom Autokennzeichen. Die merkst du dir, wenn ich jetzt nochmal runtergehe. Und was war das dann? Die Hälfte zum Untergrund, das ist offensichtlich der Gullydeckel. Die Hälfte der Gullydeckelflöße. Ich habe hier noch meinen Sack-McPacken-Schmierzettel. Machen wir das. Da kann ich das notieren. Okay, warte mal, ich muss mir nochmal anhören. Ja. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Die Wächter seiner Arbeit sind die zwei Statuen. Die zwei dann einfach. Okay. Sie hat doch gesagt, irgendwie hier sind komische Figuren. Ich weiß schon, die Echsen. Hätte ich jetzt gemeint. Na gut, dann schauen wir mal. Beim Auto-Kennzeichen. Beim Auto-Kennzeichen. Okay. Also wir müssen jetzt eh erstmal wieder runter. Roller. Ich mag so Adventures. Ich finde das auch toll. Deswegen habe ich ja gesagt, lass uns das zusammen spielen, weil so trashig und altes Spiel auch ist. Ich finde das schön. Ich finde das gar nicht so trashig eigentlich. Noch nicht. Noch nicht. Na gut, okay. Das wird noch besser. Also zwei, drei. Okay, ja genau. Da muss ich zumindest, nein, nicht mehr rangehen ans Auto. Und hier müssen wir jetzt zählen. Warte mal, ich mach das mal größer. Okay, warte, da ist der eins. Eins. Sechzehn. Durch vier. Sind, sind vier. Vier. Oh Gott. Und zwei. Also zwei, drei, vier, zwei. Okay, du hast es dir aufgeschrieben. Ja, weißt du, da kann er auch gleich eins, zwei, drei, vier nehmen. Ah ja. Zwei, drei, vier, zwei. Okay. Gehen wir wieder zurück. Und dann schauen wir, was er Wichtiges in seinem Computer versteckt hat. Und ich esse wieder Kauchong Nuts. Ich glaube, ich will auch noch eine davon, ob es wahrscheinlich eine furchtbare Entscheidung ist. Ist mal zwei gleichzeitig. Nein. Das ist auch krass. Aber eine finde ich gar nicht so schlimm. Aber wasabi ist irgendwie das einzige Schärfe, die ich akzeptieren kann. Das ist so eine kurze Schärfe. Ja, die ist kurz, krass und dann ist sie weg. Passwort geschützt. Denk nach, Nina, denk nach. Ja, wir haben es doch schon raus. Also. Ich bin Chili, dass sie irgendwie stundenlang auf der Zunge bleibt. Wasabi ist so, wenn es weg ist, ist es weg. Was war das jetzt? Ach so. Zwei, drei, vier, zwei. Zwei. Drei. Vier. Zwei. Kein Wunder, dass Papa sich die Zahlenkombination auf Kassette gesprochen hat. Auf das Passwort wird so schnell keiner kommen. Wow. Ja. Eine vierstellige Zahl. What? Man liest keine Mails von anderen Leuten. Andererseits. Ungewöhnliche Situationen verlangen nach ungewöhnlichen Maßnahmen. Also fangen wir mal an zu schnüffeln. Im Posteingang sind nur zwei Mails. Eine über Potenzsteigerung und eine über Damen jenseits der 80. Beides fasziniert mich nicht übermäßig. Der Ordner gelöschte Objekte ist leer. Aber unter gesendete Objekte ist was an einen ok.nms.de betreff Tunguska. Könnte interessant sein. Ich mach die Nachricht mal auf. Hallo Olek. Lange nichts von dir gehört. Mir geht es wieder ganz gut. Hab lange gebraucht, die ganze Sache zu verarbeiten. Wegen deiner Anfrage. Ich habe schon eine Ewigkeit her, dass ich mich damit beschäftigt hab. Und ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh. Ich hab die Typen einmal unterschätzt. Und dafür hat meine Frau mit dem Leben bezahlt. Ich hab mir damals geschworen, das Thema ein für alle Mal ruhen zu lassen. Ist mir nicht übel, aber dabei soll es bleiben. Aber jetzt, wo du wieder in der Nähe wohnst, können wir uns ja mal treffen. Würde mich wirklich freuen, dich mal wiederzusehen. Melde dich. Und sag Bescheid, wann und wo es dir passen würde. Dann sehen wir weiter. Wladimir Kalenko. Papa hat die Typen einmal unterschätzt und dafür hat meine Mutter mit dem Leben bezahlt? Was meint er damit? Sie ist doch durch einen Autounfall gestorben. Ich muss dringend Kontakt mit diesem Olek aufnehmen. Vielleicht weiß der etwas, was mir weiterhelfen kann. Olek ist auch so ein Name. Da muss ich immer an Olek und Bollek denken. Wen? Ich weiß nicht, wer Olek und Bollek sind. Aber sind es diese Schweine? Olek und Bollek? Ich weiß überhaupt nicht, was du redest. Nee, das sind Piggeldi und Frederik. Das sind die Schweine. Aber Olek und Bollek kenne ich auch. Vielleicht sind es diese tschechischen, komischen Augsburger Puppenabklatsch, die DDR-Dinger. Also Olek und Bollek, glaube ich, sind so zwei Figuren. Das war in der DDR so... Das war im Prinzip Augsburger Puppenkiste, nur aus Tschechien. Und das war in der DDR sehr beliebt. Aha. Eventuell sind die das. Möglich. Okay. Na gut. Na dann. Olek und Bollek. Gut, dann müssen wir also zu einem Olek. Aber wir sind doch hier noch nicht fertig. Wir müssen doch hier irgendwie... Ich weiß nicht, wir haben die Kassette, wir haben den Terminal, wir haben das Aquarium. Ja. Aber welche konkrete Information war jetzt in der Mail, die uns weiterhilft? Dass der Olek irgendwo in der Nähe wohnt. Ach so. Und den sollen wir jetzt besuchen. Wen soll ich anrufen? Den Olek. Aber ich weiß nicht mal, wo der ist. Olek und Bollek stelle ich mir vor wie die... Wie so eine... So eine... Lollek und Bollek. Lollek und Bollek. Lollek und Bollek hießen. Das könnte so ein osteuropäisches Kiffer-Duo sein. So wie Cheech und Chong oder sowas. Olek und Bollek. Olek's not here, man. Okay. Soll ich jetzt zurückfahren zum Museum? Okay. Ich weiß es halt nicht. Vielleicht haben wir hier... Ich meine, da ist auch noch dieses Aquarium, was wir irgendwie... Da haben wir doch einen Schlüssel rausgefischt, oder? Ne, haben wir nicht, weil sie gesagt hat, wir können es mit der Speiche nicht, weil der Schlüssel hat kein Loch. Ach so. Ich hatte jetzt das eventuell damit verbunden, dass wir das so raus... Aber das geht nicht. In Cash, aber das geht nicht. Vielleicht können wir nur den benutzen. Ne, das ist auch nicht komisch. Mit der Luftpumpe können wir... Soll ich nochmal hochgehen? Ich geh nochmal hoch. Ich hab das nicht ausprobiert an dem Fisch-Ding. In das Aquarium pumpen. Ein Zeichentrickfilm aus Tschechien. Lollek und Bollek. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaub, ich kenn das von meiner Mom. Die hat da so... Die hat sich in Tschechien von diesen Figuren eben mal so Holzschnitte rein. Ich dachte, deswegen wären die halt auch eigentlich welche gewesen. Keine Ahnung. Sie fand das toll und hat sich die mal geholt und hat mir dann ständig von Ollek und... Ne, Lollek und Bollek erzählt. Deswegen, hm. Okay. Nein, okay, mit der Luftpumpe geht's nicht. Aber vielleicht geht's damit. Der Lollek und der Bollek. Der Lollek und der Bollek. Geht nix. Hier geht auch nix zusammen. Das ist sehr seltsam, oder? Du könntest das Aquarium salzen. Aber dann sterben die Fische. Vielleicht sind Zalzwasserfische. Ich könnte sie auch versuchen anzulocken. Aber mit Thunfischpizza, das ist Kannibalismus. Geht auch nicht. Geht nicht, ne. Aber ich wüsste auch nicht, was wir beim Museum machen sollten. Ich fahr vielleicht trotzdem zum Museum. Vielleicht ergibt sich was Neues. Vielleicht können wir mittlerweile schon mit dem versteckten Kerl reden. Mit dem Verrückten, meinst du? Naja, dem... Diesen Säufer. Weiß ich nicht. Der sich da in einer Statue versteckt. Ja, ja. Ist der ein Säufer auf einmal? Ja, naja. Die haben doch drüber geredet, dass er sich gerne mal einen hinter die Binde kippt. Ach so. Na, du hörst überhaupt nicht zu. Ne. Das... Okay. Auf zum Museum. Aber ich glaub fast nicht, dass wir hier hin müssen. Doch, da ist er. Oder... Vielleicht hat der Max ja Hunger. Ja, geben wir ihm die Thunfischpizza. Oder geben wir ihm die Thunfischpizza. Das Museum ist geschlossen. Und Max meinte, er sei erst gegen Abend wieder da. Die Proportionen... Bis dahin werde ich mich wohl noch gedulden müssen. Die Proportionen sehen komisch aus, oder? Als ob da ein kleines Kind auf der Bank liegen würde. Ist das ein kleines Kind? Die Kleine sieht irgendwie traurig aus. Es ist ein Kleiner, es ist ein Kind. Dann sehen die Proportionen nicht komisch aus. Na dann, reden wir mal mit ihr. Warum ist sie wie... Wie... Hallo. Was machst du denn hier so ganz allein? Hast du etwa hier geschlafen? Wer bist du? Ich heiße Nina. Und du? Oh, hallo Nina. Ich bin Lisa. Ähm. Thunfischpizza kann gegen einen Kater helfen. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir richtig gut vorstellen. So verkatert aufwachen und die Thunfischpizza von gestern irgendwie so... Ich glaube, dass unsere Thunfischpizza nicht gegen den Kater hilft. Gegen den Kater? Gegen den Kater. Ach ja, schlechter Wattwitz. Okay, was ist das? Was ist das? Der Mond. Der Mond. Also erzähl mal. Hast du hier wirklich über Nacht? Ja. Wieso denn? Hast du kein Zuhause? Doch, aber ich hab mich nicht getraut. Nach Hause zu gehen? Ja. Ich werde bestimmt ganz furchtbar dollen Ärger kriegen. Mein Fahrrad ist kaputt und... Und die Kamera vom Papa auch. Und deswegen hast du hier draußen in der Kälte übernachtet? Wie ist denn das passiert? Ich hab hier vor dem Museum gespielt und plötzlich... Ich hatte Angst. Ich wusste nicht genau wieso. Aber ich hab mich lieber mal im Gebüsch versteckt. Und dann kamen plötzlich so komische Männer in schwarzen Kostümen. Ich saß also in meinem Busch und plötzlich bekam ich noch viel mehr Angst. Ich wollte nur noch weg. Und dann hab ich aus Versehen auf die Kamera gedrückt. Es gab einen hellen Blitz und die Männer haben sich umgedreht. Sie haben mich angeschaut, aber... Aber was? Aber sie hatten keine Gesichter. Es war so schrecklich. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Ich bin nur noch gelaufen, soweit ich konnte. Irgendwann hab ich dann gemerkt, dass ich meine Kamera verloren hatte. Und so musste ich wieder zurück. Die unheimlichen Männer waren zum Glück nicht mehr da. Die Kamera hab ich auch wiedergefunden. Aber sie ging nicht mehr. Und da ja auch noch mein Fahrrad kaputt war, hab ich mich nicht mehr nach Hause getraut. Hilfst du mir? Kommst du mit nach Hause? Oder kann ich bei dir wohnen? Nein, das besser nicht. Ich werde dir helfen, die Sachen wieder zu reparieren. Aber du musst mir auch versprechen, dann ganz schnell wieder nach Hause zu gehen. Deine Eltern machen sich bestimmt schon ganz große Sorgen. Na gut. Ich hab jetzt nicht so eine gute Idee, dass sie wieder ganz schnell nach Hause geht. Wenn ein kaputtes Fahrrad und eine kaputte Kamera genug Grund ist, dass ein kleines Kind das komplett verängstigt ist, weil sie gerade Männer ohne Gesicht gesehen hat, trotzdem lieber draußen schläft, als wieder nach Hause zu gehen. Sie schläft lieber da, wo sie die Männer ohne Gesicht gesehen hat, als dass sie heim zu ihrem Vater ging. Da würde ich mal vielleicht das Jugendamt so ein bisschen informieren. Ja, es ist ein bisschen problematisch, glaube ich. Ich würde jetzt nicht sagen, du versprichst mir aber ganz schnell wieder nach Hause zu gehen. Naja. Was ist denn mit deinem Fahrrad? Ich glaube, ich bin in so eine blöde Scherbe bei der Baustelle gefahren. Und nun habe ich einen Platten. Dabei ist das Rad ganz neu und meine Mutter hat extra gesagt, ich soll gut darauf aufpassen, weil wir haben nicht so viel Geld, weißt du? Und da können wir uns kein neues Fahrrad leisten. Keine Sorge. Wegen eines platten Reifens brauchst du nicht gleich ein neues Fahrrad kaufen. Ich kann mir das ja mal ansehen. Und deine Kamera auch. Würdest du das tun? Ach, du bist lieb. Aber kannst du das überhaupt? Klar, kein Problem. Gib schon her. Ich weiß nicht. Was, wenn du gar nicht so gut reparieren kannst? Mach erst einmal das Fahrrad wieder heil. Wenn du das geschafft hast, kriegst du auch die Kamera. Die war nämlich bestimmt ganz teuer. Und wenn du die noch kaputter machst? Ja, ja, schon verstanden. Ich muss erst mal meine Fähigkeiten beweisen. Also gut, dann fangen wir mal mit dem Rad an. Dieses Foto ist meine einzige Hoffnung auf eine erste richtig heiße Spur. Also wird mir wohl nichts übrig bleiben, als erst mal den Reifen zu reparieren. Lise Samson. Abraxen! Dankeschön! Dankeschön! Super viele, super schwere Klippe, wenn wir das Glas sprengen. Voll cool. Zeig doch mal deine Kamera her. Erst mein Fahrrad reparieren. Du bist ganz schön hartnäckig. Ja, das sagt meine Mami auch immer. Recht hat sie. Okay. Bis später. Aber du kommst wieder, versprochen. Klar, mach dir keine Sorgen. Wir gehen gar nicht weg. Wir nehmen jetzt die Luftpumpe und die Fahrradspeiche. Genau. Und schweißen die neue Speiche mit der Luftpumpe in das Rad. Der Schlauch hat ein Loch. Der Schlauch hat ein Loch. Wir haben kein Flickzeug. Ich werde mal den Schlauch ausbauen. Oh, wir können vielleicht den Schlauch mit dem Gummihandschuh kombinieren. Ah, hier. Ein alter, labbriger Gummihandschuh. Ah, okay. Nee. Nee. Wir brauchen wahrscheinlich erst irgendwas Klebriges. Aber vielleicht kann ich die Speiche da... Nein. Die Luftpumpe... Die brauche ich wahrscheinlich später. Na gut, okay. Okay, offensichtlich können wir hier jetzt noch nicht... Wir brauchen nur was Klebriges. Dann gehen wir ins Museum. Können wir da jetzt schon rein? Haben Sie! Dankeschön für die Grabsteine! Ist das ein dezenter Hinweis? Das Museum ist geschlossen. Und Max meinte, er sei erst gegen Abend wieder da. Bis dahin werde ich mich wohl noch gedulden müssen. Das Glas geht über vor lauter Tod. Vielleicht. Nee. Du bist für den Schlauch noch mehr zerschneiden. Ganz genau. Jetzt ist es auch schon egal. Was soll's. Ähm. Mit ihr noch mal reden? Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich so richtig machen soll. Oh, hallo Nina! Hallo. Deine Reparaturarbeiten sind so gut wie erledigt. Na gut. Ja, ja. So gut wie erledigt. Können wir nicht einfach Motorradreifen geben? Hm. Hier ist aber sonst auch nichts weiter, oder? Ich meine, das ist ein Point-and-Click-Adventure. Versuchen wir mal den Alkoholiker-Kerl, der sich in der Statue versteckt hat. Wahrscheinlich hat der zufällig Flick-Werkzeuge in seiner Hosentasche irgendwo. Oh, wir haben, stimmt. Wir haben ja hier noch... Okay, Lisa hat gerade... Blablabla... Ne, okay. Das für das Stück Thunfisch-Pizza. Moment. Der Schlauch ist definitiv kaputt. Da kommt irgendwo Luft raus. Ich müsste nur rausfinden, wo. Okay, sie hat den jetzt... Sie hat den anscheinend aufgeblasen, bevor das Loch... Aha, und jetzt mit dem Handschuh. Keine Ahnung, ob der Gummihandschuh als provisorisches Flickzeug funktionieren würde. Ihn einfach so in den Schlauch reinzustopfen, wird aber auf jeden Fall nicht reichen. Schade. Ah. Dann versuch. Irgendwo was... Keine Ahnung, ob der Gummihandschuh... Nimm doch einfach mal den Schlauch und geh mal alles ab. Vielleicht salzen. Weil dann... Könnte man nicht den Käse der Thunfisch-Pizza benutzen als Klebemittel? Weißt du was? Ich glaube... Ich fahr mal wieder zurück zu meinem Haus. Okay. Ich glaube nämlich, weil hier haben wir... Schlauch mit Aquarium, sagt Metatron. Ganz genau. Dann sieht man, wo es raus blubbert. Ganz genau. Ja, aber da ist doch ein Gitter drüber. Ja, eben, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, aber... Na gut. Das hätte ich jetzt auch mal gedacht, dass hier im Haus irgendwo was mit Wasser ist. Hm, das geht zumindest, dass man es anklickt. Ich komme mit dem Schlauch nicht durch das Gitter. Aha. Dieses blöde Gitter. Das Gitter muss man doch irgendwie raushebeln können. Der Schlüssel hat nirgendwo eine Öffnung, durch die ich die Speiche stecken könnte. Damn it. Ha, ha, ha. Die können wir da wahrscheinlich auch nicht benutzen. Hm. Hm. Was machen wir denn jetzt? Wie schwer kann denn das sein, von so einem Aquarium den Deckel abzunehmen? Ja. Ist das ein Hochsicherheits-Aquarium? Vielleicht. Sind das schwer kriminelle Fische da drin? Schwer kriminelle Fische. Die, 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 die Gangster-Fische. Man sollte meinen, dass das auch sein Badezimmer hat, statt Metatronen. Das stimmt. Ja, ja. Aber ich bin auch immer noch gewillt, das hier irgendwie aufzumachen. Ich weiß nicht. Es sieht schon so aus, aber da ist ja keine Interaktionsmöglichkeit. Ja, das stimmt schon. Ach. Aber ich glaube, hier haben wir eigentlich auch alles erledigt, weil wir haben das Radio benutzt, wir haben den Computer benutzt. Ja. Ich denke mal, das ist alles fertig. Hm. Hm. Ich glaube, eigentlich nur das Museum. Übrigens, ja genau, man kann sich mit dem Klick alles anzeigen lassen kurz, was man benutzen kann. Haben wir schon in die Schublade auf dem Bett geguckt? Ja, das weiß ich nicht. Eine Biografie von Dieter Deelen. Dieter Deelen. Ja, aber da kann man doch auch noch irgendwie was nehmen. Hoffentlich erwartet keiner von mir, dass ich das lese. Ach, jetzt haben wir die Dieter Deelen-Biografie, oder wie? Ja. Kann ich dir die Fischen geben? Anscheinend nicht. Okay. Hm. Okay, aber dann haben wir hier zumindest... Ob das mit... Aber ich weiß auch nicht, wie uns das weiterhelfen soll. Ehrlich gesagt. Hm. Aber sonst... Und auf dem Bett genau, hast du da schon geguckt? Ja, da kann sie nur was... Sieht unbenutzt aus. Mein Vater war also mit Sicherheit noch nicht im Bett. Und bei den Regalen direkt hinter unserer Figur war auch nichts, oder? Nee. Warte mal, ich kann noch mal... Aber ich glaube, da kann sie nichts nehmen. Da wird wohl nicht mehr viel zu finden sein, was... Ich kann auch mal in den anderen Bildschirm gehen und da noch mal gucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Ah. Das Abflussrohr. Da ist das Wasser. Ah. Ich wusste doch, irgendwo muss Wasser sein. Der Eimer ist voll mit Wasser. Ja, jetzt wissen wir es doch. Hoch? Der Griff ist einfach abgerissen. Zumindest blieb der Henkel trocken. Jetzt haben wir auch noch einen Griff gefunden. Und den können wir doch bestimmt mit irgendwas kombinieren, um dann den Schlüssel rauszuholen. Oder im Aquarium, direkt mit dem Griff. Genau. Oder so, ja. Ich werde den Schlauch mal ins Wasser halten und beobachten, wo Luftblasen aufsteigen. So, hab das Loch gefunden und die Stelle markiert. So. Das ist so ein typisches Adventure-Rätsel. Jetzt können wir das... Keine Ahnung, ob der Gummihandschuh als provisorisches Flitzung funktionieren würde. Na gut, dann brauchen wir jetzt einen Schlüssel, glaube ich, erstmal. Weil wahrscheinlich können wir mit dem Schlüssel irgendwie doch an dem Schreibtisch noch irgendwas aufmachen oder so. Und da ist dann Kleber drin. Ah, warte. Mit dem Teil. Nein! Damn it! Das ist ja doof. Oh, das Buch hat ein Schloss. Ach. Und anscheinend ist es gar kein Buch, sondern eine Art Schatulle. Gut getarnt als langweiliger Schmöker, den kein Mensch freiwillig anfassen würde. Also den Trickler mochten die, die da wohl... Die Schatulle ist mit einem Schloss gesichert. Der Schlüssel dürfte ziemlich flach sein, sodass der übliche Haarspangentrick wohl nicht funktionieren wird. Ah, okay. Da, im Prinzip, da ist der Schlüssel für das da drin. Bestimmt. Aber wie kriegen wir das da raus? Damn it! Ich hätte ja... Irgendwie muss doch die Speiche da funktionieren. Aber... Der Schlüssel hat nirgendwo eine Öffnung... Aber wenn der Schlüssel keine Öffnung hat und nichts, brauchen wir vielleicht irgendwie... Was klebriges oder Magneten. Können wir... Ist in einem Walkman ein Magnet? Das war schon... Hm, natürlich... Okay... Ne, da waren wir auch schon... Da waren wir... Eine Kiste voller Gerümpel... Ha... Kiste... Ah... Aha... Und... Kleber... Okay... Okay... Und... Hoffentlich hält der Handschuh dem Druck stand... Aber was besseres fällt mir jetzt nicht ein. Okay... Kann ich das Klebeband... Irgendwas kombinieren? Kann ich mit dem Klebeband den Schlüssel da rausholen? Hm... Aber gut... Jetzt haben wir erstmal den Reifen... Ich fahr mal wieder zurück und geb den Reifen mal ab, oder? Genau... Genau... Es ist echt so schlimm... Ich hab das... Wie gesagt... Es ist noch nicht so lang her, dass ich das Spiel gespielt habe... Aber ich hab komplett vergessen... Was man da macht... Weil... Ich kann mich daran erinnern, dass ich tatsächlich an diesem blöden Haus länger gehangen hab... Uh-huh...